Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Rocket League Video in der neuen Season. Und was muss natürlich passieren direkt am Anfang der neuen Season? Es werden Einwank-Games gesuchtet. Und natürlich ist es wieder dabei der Marvin. Servus. Wurde ja auch schon gefordert, ne? Ja, wurde schon gefordert. Also wir wollen das eigentlich gar nicht, aber ihr wolltet es unbedingt. Wir hätten es sonst natürlich nicht gemacht. Nein, niemals. Genau. Ja, wir werden einfach das Beste rausziehen und ihr wisst ja, wie es abläuft. Das ist wieder so ein Standard Rocket League Video. Und ja, genau. Genau, ist jetzt Part 1. Das heißt, die ersten fünf Einranked Games kommen in dem Video. Die nächsten fünf kommen dann in den nächsten Video. Dumm, dumm, dumm. Also auf geht's, ab geht's. Das erste Game. Let's go. Oh yeah. Und das erste Game in der neuen Season startet direkt im Dead Eye Canyon. Let's go. Die neuen Mapp haben wir auch noch ein bisschen nicht gespielt, ne? Ne, stimmt. Und, äh, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie die heißen nicht mehr, Salty Shots, sondern, äh, ich weiß nicht mehr. Ja, ich weiß auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Haben wir Glück. Können sie schon mal anzucken. Der Flick wäre so geil gewesen. Ja, wir werden wieder unser Bestes geben. Wenn ihr... Let's... Oh mein Gott, schade. Scheiße, schade. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Genau. Dann kriegt ihr nämlich... Oh mein Gott. Rata. What the fuck. Set touch. Dann kriegt ihr nämlich jemanden bei Nachrichtigungen. Ist auch ganz cool. Mhm. Joa. Genau, genau, genau. Oh mein Gott. Ich bin da. Ja. Okay, war zu weit weg. Oh mein Gott. Aber er hat gegen eine Regel. Sehr geil. Was für ein Start schon wieder. Ja. Und schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr so den Anfang von der Season 15 findet. Also egal, ob es jetzt der Rocket Pass ist oder die neue Map. Schreibt es mal rein. Wir haben bisher nicht viel mitbekommen. Das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass wir wirklich suchten in der neuen Season. Ja, das stimmt. Rocket Pass ist auch noch Stufe 1 gefehlt. Ja. Das ist wirklich so. Den haben wir uns gerade erst geholt. Ja. Falls ihr da unsere Review hören wollt, guckt gerne mal in die letzten Videos rein. Da haben wir so ein kleines Review gemacht. Über die ganzen ersten 100 Klassen. Genau. Oh, yo, yo, yo. No, Millimeter. Ja, was? Okay. Okay. Fängt ja schon mal gut an, das erste Game hier. Oh, wie close? What the hell? Okay. Na ja. Ist nicht mal ein Team, ne? Ja, er kriegt den Boost. Kein Boost. Okay. Uh. Er geht auf Zerstörung. Ja. Schade. Aber what the fuck, ey. Hier, 1 zu 3 im ersten Game. Aber eine Minute 50 haben wir noch. Komm schon. Da ist nichts toller. Heißt es dir jetzt auch gefallen, dass wenn die da was schreiben, dass die Zeit dabei steht, wann die das geschrieben haben? Ich dachte, das wäre nur bei Buckets Mod. Okay, interessant. Ne, ne, ne. Das ist ein Overall-Ding. Nice. Gut, wobei, ganz ehrlich, was kannst du mit der Information anfangen? Sieht irgendwie auch scheiße aus, um ehrlich zu sein. Schaut wirklich scheiße aus, das stimmt. Komm schon, wir müssen jetzt das Tor schießen. Ja. Ja, wäre nicht schlecht. Let's go. No. Hält den perfekt. Starten wir in die neue Season gleich mal mit einem Lux rein. Ja gut, die Leute sind da nichts anderes gewohnt. Aber, Leute, die Motivation ist noch da auf das nächste Game. Scheiß drauf. Let's go. So, auf geht's, nächste Game. Jetzt mal gegen ein Team. Wir haben den ersten Ackermann und Unown. Einfach Mist x. In der Mitte. Jo. Gegner macht. Nice. Yes, let's go. Nice. Gib mir hier 1-0 eine Führung im zweiten Game. War der Pass von Gegner, ne? Ja, das war ein Pass von Gegner. Ich hab nichts zu machen. Außer nur unter Druck zu setzen. Ich musste den predikten, ich kann es uns fahren. Scheiße. Ja, ja. Hättest du nicht auf was gecleared? Ja. Nur fast. Aber nur fast. Ja, komm. Ne. Ich bin mal scheiße. Oh mein Gott. Hell no. Hell yeah. Oh hell no. Hell no. Oh hell yeah. Oh. Let's go. Double Dots. Das gibt's echt nicht, ey. Krass. Die immer noch dran sind. Oh, schade. Ja. Komm schon. Yeah. Oh. Er war zu langsam dafür. Okay, Verlängerung im zweiten Game. Let's go. Das holen wir uns jetzt. Komm schon. Oh. Schade, Google angenommen eigentlich. Ja, du hast ihn gut gepasst. Ich hätte ihn noch ein bisschen besser machen können. Ich hab den da mit dem Dach berührt. Ich hatte natürlich kein Power. Komm schon. Yes. Let's go. Let's go. Oh mein Gott. Schön die Chance genutzt, dass keiner im Tor war. Aber leckt mich am Arsch. Also für die 1-Rank-Games, ey, krankes, spannendes Game. Die laufen heute wahrscheinlich nicht so schön wie beim letzten Mal. Hopp. Hopp ins Dritte. Aber immerhin haben wir jetzt eins gewonnen. Hm. So. Directed round. Gegen Team los. Stimmt, gegen Team los. Hast du recht. Die Mitte. Oh, fast hätte ich ihn zerstört. Fuck. Schade. Ja, geil gewesen. Oh, let's go. Zerstören. Ich hab leider keinen Boost. Er geht perfekt zu uns. Ja. Ist ja bitter. Aber egal. Ich hab ihn zerstören müssen. Oh mein Gott. Der Gegnername. Kennst du diese Videos? Man könnte meinen, es ist eine ganz normale Rampe. Aber es ist El Rambo. Ja, ich kenn das. Oh, die sind so gut, die Dinger. Ich weiß. Oh, verstehe. Ja, sind schon funny. Oh mein Gott. Deiner. Free goal. Schön. Nice. Danke. Oh, ich hab eigentlich nur Bullshit gemacht. Richtig geiler Air-Drivel. Naja, also schlecht war er jetzt nicht, aber... Joa. Hat er gepasst? Hat er gepasst. Ist ein Tor draus entstanden. Ja. Ja, gut, dass du hinten bist. Schön. Let's go. Let's go. Nice. Langsam haben wir es, oder? Müssen wir doch wieder die Strat hier rauspacken. Äh, all defense. Ja, ist immer gut. Ja. Hast du ein Security hinten stehen? Komm schon rein hier. Tür steher. Oh, komm schon rein. Mit dem Tor steher. So, bam. Ein Tor steher. Ja, halt. Das ist so. Komm schon rein ins. Rechts. Wer ist drin? So. Einig, ich bin in den Morgen gegangen. Let's go. Ein Glück, ich hab den Doppel-X verkackt. Das ist gut, Alter. Nice, GG. So. Das vierte Game gegen 40k17. Irgendwas. Okay. Hast du ein Barmer? Uff. Ja, hat er stark gemacht. Hat er mal direkt drauf gemusst. Ja. Ah. Packt der Gegner den Flip-Reset aus, ja? Ah, klatscht da einfach aus, dann Dödel. Ja, klatscht da. Der klatscht schon auf den Tisch. Bis er eine, zwei Teile bricht. Okay. Warte, warte. Nee, ich zu stellen. Zu stellen. Oh, so close. Ich weiß nicht, irgendwie, du sagst immer, du zerstörst ihn. Dann passiert nichts. Das ist wie so eine tote Leitung. Ja. Oh, geil. Ah, will ich tun. Ihn zerstören. Deiner Isi, bitte. Ja, Isi, ja. Mitte, nein. Komm schon. Ist der close. Den nämlich. Oh, wie er nicht da war. Ja, nice. Geil. Let's go. Wo war er? Was macht der schon nach vorne gefahren? Wer ist er? Er dachte, der andere, der ist. Ey, du bist so, das ist, Alter, das ist fast, wärst du du gewesen, ne? Du fährst auch immer vor. Weil du denkst, ich treff den. Ich treff alles. Naja, ich hab auch Vertrauen. Vertrauen, die Star. Oh, ich liebe dich. Und ich miss dich. Oh, das ist gut. Oh, das war klar. Oh, das war klar. Da ist das Ding. Er ist so cocky geworden, obwohl es unentschieden war, what the fuck. Ja, das stimmt. Schön gemacht. Let's go. Ihr habt gesehen, dass der Gegner ein bisschen zu sehr vorgespielt hat. Und dann dachte ich mir, komm, ich try es mal. Oh, ich wusste es. Scheiße. Ich hatte es mit mir gefühlt. Bist du da? Ja. Ja. Okay. War crazy. Ja, ne? Hat nichts gebraucht, aber war crazy. Let's go. Let's go. Naja, irgendwie hat es dann doch was gebracht. Ja, irgendwie schon, ne? Das war die Einleitung. Ja. Und du hast dann Hauptteilentschluss. Oh! Gegner verlassen. Nice. GG. Ist geil. Wie viele Geilze haben wir jetzt schon gehabt? Das war jetzt das dritte. Das war erstes, dritte. Jetzt kommt das vierte. Ne, warte. Wir haben einmal verloren. Ne. Drei von zehn Siege haben wir. Also jetzt ist das fünfte. Jetzt ist das fünfte. Wir haben vier Spiele. Ja. Okay. Mein Gott. Also Leute, selbst die Verwirrung ist verwirrt. What the fuck? Das heißt, wir haben jetzt drei gewonnen und eins verloren, richtig? Genau. Oder haben wir noch eins verloren? Ne, wir haben bisher nur eins verloren, ne? Ne, ne. Eins haben wir verloren, mehr nicht. Das ist mega Bilanz eigentlich, ja. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall in den ersten Teil positiv vor. Ich, 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 ich. Ja, wo bist du denn? Oh mein Gott. Wo bist du denn seitlich von mir und nicht hinter mir? Ich war die ganze Zeit da, aber okay. Du standst direkt vorn bei. Nice. Ich hab dich nicht gesehen. Ich hatte das Weltkameran. Deswegen hab ich dich nicht gesehen. GG. Egal. Hat funktioniert. Ja. Aber erst mal. Was machst du hier? Du hast du das? Du hast du das? Krass, du hast es, Mann. Ja. Geil. Spaß. Na ja. Gar kein Spaß mehr. Alles todernst. Das ist nur ein Joke. Bitte? Ja. Hab dich gesehen, aber... Oh mein Gott, let's go. Ich dachte schon, ich beruhige ihn noch. Deswegen bin ich erst ausgerastet. Okay. Weil ich dachte, wenn er den cleart, dann bin ich direkt da, um den reinzuliebe. Ja, genau. Deswegen bin ich schon so halb ausgerastet. Hab ihn. Na ja. Hab's gesehen. Oh, schade. Schön? Sehr schön. Wer inaktiv ist, muss bestraft werden. Ja, ist so. Das sehe ich aber wirklich genauso. Zumindest, wenn es im Kopf kommt. Selber Pech. Da machen wir hier Pirouetten am Ende. Ja, 3 oder 40 Sekunden. Let's go. Gute Bilanz bist du, aber es kann noch viel passieren. Ja, stimmt. Oh mein Gott. So viel dazu. Kannst du mal aufhören, immer diese Scheißsätze zu sagen. Das fängt so ab. Immer, was du sagst, da kommt gleich das Gegenteil. Ohne Scheiß. Ich hab langsam keinen Bock mehr, Mann. Okay. Ja, was du da hast. Ja, wir werden das hier noch gewinnen. Ich lass das aus. Alter, Mann. Ich hab' ich mal. Wahrscheinlich hat er kurz den Bruder geholt, dass der jetzt uns fickt. Ja, toll. Okay, 3-2. Was schau ich mich mal an? Wie machen die in 40 Sekunden 3 Tore? Das sind noch 2 Minuten, ne? Da kann nicht noch viel passieren. Oh, 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 oh. Oh, ich wollte einen Pressball machen. Schade. Wusse ich nicht. Ja, das ist für meine eigene Gefälle. Oh, oh mein Gott, let's go. Uh. Baby, uh. Oh mein Gott, war der stark. Boah, der war richtig. Also der Schuss war schon geil. Auf ihn müssen wir halt echt aufpassen. Äh. Und auf mich muss auch aufpassen. Ja, auf den muss ich eigentlich hier nicht aufpassen. Na, auf alle musst du eigentlich aufpassen. Gibt keinen Weg drum herum. Kein Bus. Äh. Star City. Er kam jetzt. Ja. Ja. Dann hättest du so bedenken müssen oder so. Oder einfach gegen ihn fliegen, ihn wegbomben. Könnte man auch machen. Komm schon. Fuck, Alter. Ich würde es jetzt nicht verlieren, ja. Wir haben so gut geführt. Mann. Scheiße, ey. Es gibt so ein anderes. Dann müsste ich in einem Winkel kommen, ja. Ich weiß nicht, man. Mit Boost hätte ich ihn bekommen. Fuck, ey. Komm. Wird wohl möglich sein, gegen ihn noch ein Tor zu schießen, oder? Also, sorry. Okay. Wir spielen die komplett anders, wie am Anfang. Gar kein Boost mehr. Bin ich da. Oh, passt. Jetzt hat sie nämlich auch kein Boost. Ich konnte, wir müssen auf Zerstörung gehen. Das ist das Einzige, was wir jetzt noch machen können. Nach vorne und auf Zerstörung. Ja. Schade. Schade. Schokolade. Ja. Krass, dass wir das echt noch verlieren. Heftig. Ja, okay. Ach ja. Schade. Kam es nicht mehr an. Drei gewonnen. Zwei verloren, Leute. Uff, 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 uff. Aber wenigstens positiv. Wenn euch dieses Völkchen gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo und schreibt gerne was in die Kommentare rein. Und dann würde ich abschließend sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Let's go. Also, bis dann. Alles Gute. Schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.